Bist im Auto unterwegs, ja? Du auch, oder? Ja. Ja, geil. Aber du bist mit dem Cabrio. Ja, nur mal, ey. Standard. Mino, der ist am Kaufmann unterwegs. Wohin für dir hin? Wo ist euer Ziel? Nirgendwo auf dem Parkplatz. Achso, ja, geil. Kann man ja auch machen. Chillig. Ja, cool. Und wo kommst du? Wo kommt ihr her? Auf welcher Stadt? Trefeld. Trefeld? Ja, nice. Aber man hört dich nicht. Nein, aber man hört mich etwas, oder? Ein bisschen. Ja, das reicht doch aus. Woher kommst du? Auf Hannover. Wo? Hannover. Ah. Ja, ja, genau. Und wie alt bist du? 23. Okay, ja, nice. Was? Nice, nice. Und wie alt bist du? Was denkst du, was schätzt du? 28. Ja, perfekt. Okay. Und bist du öfters hier so unterwegs, oder? Nee, wir stehen hier auch einfach. Achso, okay. Ist alles voll mit Schnee. Achso, okay. Du bist selten, oder bist du öfters hier unterwegs? Auf der App? Was? Bist du öfters hier unterwegs? Nee, heute ist es immer mal. Achso, okay, weil du hast bis jetzt drei Likes nur bekommen, bis jetzt drei Likes, deswegen. Bist jetzt auch hier, oder? Nee, ich wollte das erste Mal. Achso, deswegen, okay, ja, nice. Ja, cool. Und wie heißt du, Nuzi, oder wie heißt du? Nuzi. Nuzi. Was für eine Frau bist du denn? Ich verstehe dich sehr, sehr schlecht. Was für eine Frau bist du denn? Italienerin. Italienerin, ah, okay. Du? Afghaner. Na ja. Cool. Und verfährt das Auto, du und deine Freundin? Ah, cool. Und erzählt da einfach auf dem Parkplatz, oder was? Ja, guck. Okay. Warte. Ah, okay. Okay. Ja, nice. Aber bis jetzt, was im Zimmer oder in der Wohnung? Oder im Haus? Ja, wir wollten nicht, überhaupt. Okay. Nein, 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 nein. Was? Kann man ja machen, ne? Ja, das stimmt. Mach dir öfters, dass du was im Auto chillst? Was? Mach dir öfters, dass du was im Auto chillst? Ich hab nix verstanden. Mach dir öfters im Auto chillst? Jeden Tag. Ohne Scheiß? Hm? Wieso das denn? Jetzt wegen Schnee ist ja nicht so viel unterwegs, aber sonst fahren wir in verschiedene Städte. Okay, okay. Kann ich doch verlangen, weil ich im Auto rumzusitze, rumzuklammeln. Ja. Boah, ich krieg'n voll dich kotzt, um im Auto rumzusitze, nix machen, nur zählen. F***. Was ist das, Baby? Nur in 30 Minuten. Bist du zuke? Bist du zuke? Bist du zuke? Bist du zuke? Treffen, oder was? Geil. Was glaub, Baby? Hey, Baby, du Geile. Hey, nimmst du nicht mit? Auf jeden Fall, komm nix. Woher geh ich ab? Lass grusen, lass durch die Gegend grusen, Baby, ja? Oh, ist doch schon kein Mann. Viel slow. Was? Fuck it up, Baby. Ach, gar nicht. Ey, guck mal, der macht Werbung für seinen TikTok. Willst du Werbung machen für deinen TikTok? Ja, mach mal bitte. Ey? Ja? Äh, Dings, äh, like mal meinen neuen TikTok. Du meinst auch, ja? Ja, okay. Na, geil. Nee, geht's nicht gut. Ich hab einen Banner, ne?